So, müssten wir jetzt auch Level 1 sein? Ja, wir sind Level 1. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ich habe mich schon gewundert, Level 40. Nimmt mir doch nicht so viel Level vor. Abweg. Aber gut, uns wurden die Kräfte geraubt. Jetzt passt vielleicht das Rollenspiel doch besser dazu. Aber mal gucken, ob es bis zum Ende einfach ist. Bei One Piece experimentieren die ganz schön, muss ich sagen. Also, was alles für Arten von One Piece Spielen rauskommt. Nur ein richtiges Kampfspiel, da haben sie noch hier. Da haben sie zwar auch eins, aber das ist nichts geworden, weil, ja. Wenn sie nur eine Arc reinmachen und das ist halt, das ist nix. Hier ist mein Stadion. Ich muss nur noch休息ieren. Was ist das? Die unsere Kräfte geraubt hat, hä? Ja, aber warum hat sie unsere Kräfte geraubt? Ja, aber warum hat sie keine Ahnung? Ja, das ist für mich. Entschuldigung. Sie sind auch die Kräfte, oder? Das ist gar nicht so. Die Kräfte ist ein Kräfte, aber... Was ist das mit dieser Kräfte? Was ist das mit dieser Kräfte? Diese Kräfte ist in einer verrückten Kräfte, und es ist eigentlich nicht so, dass sie nicht auf dem Kräfte sind. Die Kräfte sind nur die Kräfte der Kräfte. Aber es ist ein Kräfte. Es ist ein Kräfte. Es gibt viele Kräfte die Kräfte der Kräfte, und es ist einfach nicht so, dass die Kräfte der Kräfte der Kräfte sind. Was ist das? Wir haben keine Ahnung. Ich stelle mir sowieso die Frage, warum uns erst schwächen und dann retten? Deswegen benutze ich力. Ich kann die Kräfte der Kälte mit den Mannschaften, und die Waffen und Waffen, in der Kugel, in der Kugel, in der Kugel. Was ist das mit dieser Kräfte? Das ist... Keine Teufelsbrucht? Das ist die Kräfte der Kräfte. Sie sind die Kräfte der Kräfte, die Kräfte der Kräfte der Kräfte möglich ist. Sie sind die Kräfte für die Kräfte und die Kräfte davidig. Das ist ja. Außerdem haben wir auch die Kugel auch Informationen, die Menschen und Tiere dafür vermitteln. Dann wollen wir die Kräfte der Kräfte der Kräfte, Aber wenn das eine Teufelsfrucht gewesen wäre, generell auch ohne Teufelsfrucht, das ist schon eine mächtige Fähigkeit. Da kann nämlich jemand noch die krasseste Teufelsfrucht gefressen haben. Eine Berührung und zack, oh ja, hat alle Fähigkeiten vergessen. Und ja, wie einfach wäre Kaido dann? Eine Berührung und der ist auf einmal nicht mehr so stark wie sonst. Ein Level eine Million Kaido ist dann auf einmal Level 1. Und das ist dann eine Ausatmai. Sophärsbots. Oh, das ist gut. Aber hier ist alles gut. Oh mein... Sorry. Sophärsbots. Oh, hey. Oh, hey. Sophärsbots. Oh, ja. Ich habe gerade die Info bekommen, dass bald eine Xbox und Bethesda direkt, also dass sie direkt haben und Spiele zeigen, die in den nächsten Monaten kommen. Ich habe Angst, bitte lasst es sehr viele Xbox-Exklusive sein, dann muss ich mich darum erstmal nicht kümmern. Ja, aber Dark, nächsten Monate, das betrifft auch immer noch den Februar und März, die schon überfordert sind mit Spielen. Ich habe Angst. Ich will bis Sommer keine, keine direkt eigentlich haben, die Spiele zeigen, die in den nächsten Monaten rauskommen. Nein. Ich will, ich will generell bis Ende des Jahres keine Spiele mehr haben, die rauskommen. Aber eins ist sicher, wenn Starfield kommt, das wird ja wahrscheinlich Xbox-Exklusiv sein, ne? Dann werde ich mir die Xbox auf jeden Fall holen. Also, ich glaube, ich warte wirklich auf Cable und Starfield, dass ich da so, weil ich glaube, also Starfield ist ja sehr immer mit Xbox verbunden momentan, aber das Schöne ist, ich muss mich nicht auf Achievements konzentrieren, weil ich ja kein, ich bin ja ein Trophy Hunter, kein Achievement Hunter, obwohl, 100% Achievement, vielleicht, ja. Okay, das Schöne ist, ich gehe auch. Hm. Was ich mir auf jeden Fall dieses Jahr noch holen werde, ist das Nebendeck. Da habe ich ja meinen Geburtstag sozusagen als Termin geplant. Also habe ich auch gesagt, dass immer noch das Schöne ist. Okay, das war es. Ja, das schoende экран. Also habe ich gerade noch meine Kinder. Also habe ich auch. Ich weiß es, ob ich diese Schöne sofoze. Das ist so, das Buch dem rauf. Das ist schlecht, also, dass wir keine Anwachsenen-Schneid die Na ja, wenn wir uns bereitstellen, dann wird es gefährlich sein, wenn wir unsere Fähigkeiten wieder zurückkommen. Ist das wirklich? Wenn wir uns geblieben sind, dann wird es nicht nur Geld geben. Ha, ha, ha. Geh auf, keine Ahnung. Na ja, jetzt sind wir bereit. Ja, das ist immer noch so eine Sequenz. Ich dachte, das würde jetzt wieder spezieller. Na ja, gut. Ich will mich hier erstmal umgucken. Lagerfeuer, was ist... Hey, willst du gar nichts essen? Ach ja, genau, essen! Okay, das ist Raffi natürlich. Okay, das ist Raffi natürlich. Ob das neue Fail ist, weil ich mir irgendwie schaue. Ich würde auch gerne mal die alten Teile wieder spielen, aber dafür brauche ich halt die neue Xbox auch, damit ich die wieder spielen kann. Also meine 360 schmeiße ich nicht mehr an. Meine 360 ist auch nicht streamtauglich, das ist das Problem. Obwohl ich sie ja letztens zum Laufen gebracht habe, ne? Aber ja... Trotzdem... Hm, in dieser Baumhöhle ist jede Menge Zeug. Halt, bleib von meinem Bett weg! Was? Das war Lim's Stimme. Sie kam von der Veranda. Puh, das hat mir ein Schrecken eingejagt. Aber sie hat es... ihr Schlafzimmer genannt. Ein ziemlich seltsamer Ort dafür. Wollte ich nicht mit Adio zum Binnenmeer? Mit Kreis geht man da hoch. Würde mich trotzdem hier mal ein bisschen rumgucken. Wow, das ist ein ziemlich robustes Bett. Dieses Bild, soll das etwa die Indel darstellen? Oh, da vorne sind eine Brücke und eine Höhle. Puh, sieht aus, als würde uns das Feuerding nicht so weit folgen. Ich hoffe aber wenigstens, dass da viel gut wird. Die Entwickler sind ja Bethesda und die sind ja auch bekannt dafür, dass ein paar Bugs manchmal so hier und da passieren. Aber das größte Problem, was ich sehe, ist halt die Anzahl der Planeten, die gesagt wurde. Open Space ist das nächste Open World. Die nächste Steigerung von Open World ist Open Space. Ich habe Angst, dass das so wird wie No Man's Sky. Bei No Man's Sky ist nämlich, zumindest bei mir, ziemlich schnell die Luft raus. Obwohl es mittlerweile interessante Neuerungen gibt und so. Aber ich habe meine ganzen Planeten nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, kann nicht mehr da zurückreisen. Wie da ist, als wäre ich hier nur Schrott. Richtig frei bewegen können wir uns hier noch nicht. Er will unbedingt, dass wir ihm folgen. Okay, dann gehen wir halt nach. Hey, da liegt was, ich will das haben. Na gut, dann rede ich mit dir. Will aufrechen, zeige uns den Weg. Okay. Zum Glück wird hier mal das meiste gesprochen. Adio ist auch der Gruppe beigetreten. Einige Leute, die du während des Abenteuels triffst, können dich begleiten und dir helfen. Du kannst sie zwar nicht steuern, aber sie werden dir im Kampf unter die Arme greifen. Ah, okay. Das ist schade. Aber gut. Geht auf diesem Weg immer geradeaus bis zur Bucht. Dahinter findet ihr die Höhle. Aber ich will, ich will, da hinten ist ein Zelt. Was macht das? Das Schild hier. Die sehe ich ja andauernd. Was ist das? Sieht aus wie eine Art Markierung. Sieht wie eine Art Markierung aus. Taxi, das heißt, ein Schnellreiser. Habla. Hey, wo willst du hin? Ich will doch nur gucken. Lasst mich doch mal ein Abenteuer tragen. Ich bin, ich bin der nächste König der Piraten. Ich will mich hier natürlich erstmal rumgucken. Oh, das ist ein Schnellreiser. Ich bin der Schnellreiser. Diesen Schnellreiser. Ich weiß, was du? Waffel. Oh. Das Schnellreiser. Waffel. 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 Das ist ein Schnellreiser. Waffel. 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 vorhin haben wir diese viele ich ja gewonnen hätte Wenn du einen Gegner berührst, beginnt ein Kampf. Im Kampf erhältst du Erfahrungen um deine Stufe zu hören. Wenn der Gegner die Crew gesehen haben, erscheinen ein rotes Symbol über ihren Köpfen und sie greifen an. Wenn die Stufe deiner Crew wieder steigt, werden dich manche Gegner nicht mehr behelligen. Wenn du in einem Kampf beginnst, in dem du den Gegner von hinten berührst, hast du in der ersten Runde einen Vorteil. Umgekehrt funktioniert das aber auch. Greift sich ein Gegner von hinten an, hat er in der ersten Runde einen. Ja gut. Okay, dann werde ich den von hinten mal einen Klaps geben. Ich bin der Fall von hinten auf. ... ... Rufi, wir können es nicht mehr tun. Ja, wir können es nicht mehr tun. Das ist mein Geheimnis. Gegen- und Verbündete führen ihre Aktion in einer bestimmten Reihenfolge aus. Wenn jeder eine Aktion ausgeführt hat, ändert die Wunde und die nächste beginnt. Neu, ich one-hitte die einmal noch. Jetzt geben die auch nur so wenig Erfahrungspunkte. Die anderen waren glaubwürdig und stärker. Hä? Ist das ein Huhn? Nein, das ist definitiv ein Pinguin. Huhn. Zorulu ist auch so ein Huhn. Es ist hinter mir her. Ich kann ja nicht mehr von hinten anbleiben. Du wolltest das doch essen, Raffi. Dann hier los. Hau! 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 Hau!